Die Kantorei Hochrhein sinkt wieder. Mit Erreichen der Öffnungsstufen im Landkreis Walzut ist auch Chorarbeit wieder möglich. Bezirkskantor Matthias Flirrl holt die Sängerinnen und Sänger auf zwei Gruppen verteilt, behutsam aus der zum Teil monatelangen Zwangspause. Natürlich sind alle Anwesenden genesen, geimpft oder getestet, was für jede Probe neu dokumentiert wird. Wer keine Gelegenheit für den Besuch an einer Teststelle hatte, erhält vor der Probe ein Angebot. Bis zu den Sommerferien sind erstmal überschaubare Chorsätze aus verschiedenen Jahrhunderten dran. Weiter geht es auch mit der Mitwirkung kleiner Chorgruppen im Gottesdienst. Matthias Flirrl freut sich, dass nahezu alle wieder an Bord sind. Auch die Sängerinnen und Sänger, die an den Proben dabei sind, genießen es, wieder in Gemeinschaft ihre Stimme ertönen zu lassen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020